Moin Moin, ihr Homos und Nutten. Ich habe euch mal wieder ein Video gemacht. Schaut es euch an. Lacht darüber oder lasst es sein. Hinterlasst auf jeden Fall einen Kommentar. Die Daytona Coupé. Im Moment sieht er nicht wie ein Sieger aus, aber ein bisschen Führsäube und sie werden sich neu verlieben. Versprochen. Sehr. So, da gucken wir nochmal auf die Karte und ja, da ist die Hütte und da ist das Auto. So, jetzt zeige ich euch mal, was passiert, wenn man das letzte Schild umfährt. Dafür kommt man mit dem Karte. Erfolg. Wir haben einen Spiel erreicht. Zack, 20 Gamer Boys. Ich muss zugeben, ich muss mir die Karte kaufen. Die letzten Schilder habe ich nicht gefunden. Dass diesmal Hugh McGuire am Start sein wird. Was stellen wir heute mit Ihrem Auto an? Die zwei Schäumkunden an. Einmal den Aston Martin. Ich experimentiere hier gerade ganz schön rum. Ja, Vorspann wird noch besser. Man muss kein geschniegelter englischer Agent sein, um diesen Klassiker zu mögen. Aston Martin hat damit wirklich Geschichte geschrieben. Halten Sie sich also von jeglichen Top-Secret-Karambolagen fern. Okay? Okay. Er glänzt wie ein Stern am Himmel, nicht wahr? Ja, ein geschichtsträchtiger Shelby-Klassiker. Ich will nicht den kleinsten Fleck darauf sehen. Nein, nicht den kleinsten Fleck. Ja, wir geben uns wieder. Ist das alles aufgehend? Aufgehend, aufgehend. Ich bin das ein. Ich bin das so weit wie eine große, große Gerät. Ich bin das so weit wie eine große, große Klassiker zu machen. Ich bin das so weit und das so weit wie eine große Fertigung hat. Ich bin das so weit wie eine große Schöpfung.